Der Theaethos ist ein in Dialogform verfasstes Werk des griechischen Philosophen Platon. Darin wird ein fiktives, literarisch gestaltetes Gespräch wörtlich wiedergegeben. Beteiligt sind Platons Lehrer Sokrates und zwei Mathematiker, der junge Theaethos, nachdem der Dialog benannt ist und dessen Lehrer Theodoros von Kyren. Das Thema bilden Kernfragen der Erkenntnistheorie. Erörtert wird, worin Erkenntnis besteht und wie man gesichertes Wissen von wahren, aber unbewiesenen Behauptungen unterscheidet. Dabei stellt sich die Frage, ob eine solche allgemeine Unterscheidung überhaupt möglich ist und überzeugend begründet werden kann. Es soll geklärt werden, unter welchen Voraussetzungen man den Anspruch erheben kann, etwas zu wissen und darüber nachweislich wahre Aussagen zu machen. Benötigt wird ein unanfechtbares Kriterium für erwiesene Wahrheit. Im Verlauf der Diskussion scheitern alle Versuche, den Unterschied zwischen Wissen und richtigen Meinen zu bestimmen. Wenn sinnvolle Aussagen überhaupt möglich sind, muss es objektive Wahrheit geben. Denn jeder Diskurs setzt die Unterscheidung von wahr und falsch voraus. Es gelingt aber nicht mittels eines allgemein anwendbaren Kriteriums mutmaßlich richtige von nachweislich richtigen Vorstellungen abzugrenzen. Jede der vorgeschlagenen Definitionen von Wissen trifft auch auf eine richtige, aber unbewiesene Annahme zu. Damit erweist sich die Verwendung des Begriffs Wissen als grundsätzlich problematisch. Anscheinend kann man zwar wahre Aussagen machen, aber nicht wirklich wissen, dass sie wahr sind. Der Dialog endet in einer Ratlosigkeit. In der philosophiegeschichtlichen Forschung haben die erkenntnistheoretischen Erörterungen im T.I.T.E.T.O.S. zu lebhaften Debatten geführt, die weiterhin andauern. Dabei geht es vor allem um die Frage nach Platons eigener Position. Einer Hypothese zufolge hat er die Erkenntnis theoretische Skepsis, die sich aus dem Fehlschlag der Bemühungen im Dialog zu ergeben scheint, zumindest zeitweilig selbst vertreten, nachdem er mit seiner Ideenlehre in unüberwindlich scheinende logische Schwierigkeiten geraten war. Die Gegenmeinung besagt er habe die pessimistische Einschätzung der Möglichkeit von Wissen nicht geteilt. Viel mehr habe er sie im T.I.T.E.T.O.S. nur dargelegt, um die Leser dazu anzuregen, das Problem zu erfassen und zu lösen. Ort, Zeit und Umstände Die Gesprächssituation ist wahrscheinlich von Platon frei erfunden. Die Dialoghandlung ist in eine ebenfalls fiktive Rahmenhandlung eingebettet. Zwei ehemalige Schüler des schon vor langer Zeit hingerichteten Sokrates, Eukleides und Terpschen führen das Rahmengespräch. Sie treffen in ihrer Heimatstadt Megare im äußersten Westen der Landschaft Attica zusammen. Eukleides erzählt, dass er von Sokrates viel über dessen denkwürdige Unterredungen mit dem damals noch sehr jungen T.I.T.E.T.O.S. gehört hat. Diese Gespräche fanden in Athen der Heimatstadt von Sokrates und T.I.T.E.T.O.S. statt. Eine solche Diskussion hat Eukleides dem Bericht des Sokrates folgend aus dem Gedächtnis in einem Buch aufgezeichnet. Dort gibt er den Gesprächsverlauf durchgängig in direkter Rede wieder. Auf Terpschens Wunsch lässt er nun das Buch vorlesen, dessen Inhalt macht die Binnenhandlung des T.I.T.E.T.O.S. aus. Für die Zeit der Rahmenhandlung bieten die Angaben des Eukleides einen wichtigen Anhaltspunkt. Er hat soeben im Hafen von Megare T.I.T.E.T.O.S. getroffen, der kürzlich in einem Kampf bei Korinth verwundet worden ist und nun nach Athen gebracht wird. Gemeint ist anscheinend eine militärische Auseinandersetzung im Rahmen des Korinthischen Krieges aber nicht die Schlacht von Korinth im Jahr 392 v. chr. sondern möglicherweise ein Gefecht zwischen athenischen und spartanischen Truppen im Frühjahr 391 v. chr. Demnach liegt der Tod des Sokrates der 399 v. chr. hingerichtet wurde zur Zeit der Rahmenhandlung schon acht Jahre zurück. Allerdings ist diese Datierung umstritten nach einer alternativen, von vielen Forschern akzeptierten Hypothese fällt die Teilnahme des T.I.T.E.T.O.S. an Kämpfen bei Korinth in das Jahr 369 v. chr. Damals unterlag eine Allianz an der die Athener beteiligt waren einer Streitmacht des thebanischen Feldherrn Ibameinondas. Der T.I.T.E.T.O.S. ist der erste Teil einer Trilogie einer Gruppe von drei inhaltlich und szenisch verknüpften Dialogen, die sich innerhalb von zwei Tagen abspielen. Am ersten Tag findet das Gespräch von Sokrates, T.I.T.E.T.O.S. und Theodoros statt, das die Handlung des T.I.T.E.T.O.S. bildet. Der folgende Tag beginnt mit der in Platons Dialog Sophistes dargestellten Diskussion in der sich Sokrates ganz zurückhält. Dort tritt ein neuer Gesprächsteilnehmer auf der J.Fremde aus Elea, der mit T.I.T.E.T.O.S. und Theodoros Definitions Fragen untersucht. Dabei kommt die schon im T.I.T.E.T.O.S. behandelte Wahrheitsproblematik wiederum ins Blickfeld, diesmal unter einem anderen Gesichtspunkt. Am gleichen Tag folgt der dritte Dialog der Politikos. Dort wird die Vorgehensweise beim Definieren anhand des Beispiels der Definition des Begriffs Staatsmann erprobt. Der Zeitpunkt der drei Diskussionen ist das Frühjahr 399 v.C.H.R. Der Prozess gegen Sokrates, in dem er zum Tode verurteilt wird, steht bevor. Im T.I.T.E.T.O.S. wird erwähnt, dass die Anklage gegen ihn bereits erhoben ist. Die zeitliche Nähe zur Hinrichtung des Philosophen, einem Platons Zeitgenossen vertrauten Ereignis, bildet unausgesprochen den Hintergrund des Geschehens. Sie trägt zu der Wirkung bei, die Platon bei den Lesern erzählen will. Die Auseinandersetzung mit diesem für die Sokratiker und Platoniker erschütternden Vorgang ist ein wesentlicher Aspekt von Platons schriftstellerischer Tätigkeit. Der Schauplatz der Handlung des T.I.T.E.T.O.S. ist die Palaistra, ein für Ringkämpfe bestimmter Übungsplatz in einem athenischen Gymnasion. Die Gymnasien dienten damals in erster Linie der körperlichen Ertüchtigung, außerdem war eine Palaistra auch ein sozialer Treffpunkt der Jugend. Aus den Schilderungen in Platons Dialogen geht hervor, dass sich Sokrates gern an solchen Orten aufhielt. Dort bot sich ihm Gelegenheit zu fruchtbaren philosophischen Gesprächen mit jungen Männern und Jugendlichen. Neben den drei Gesprächspartnern Sokrates, T.I.T.E.T.O.S. und Theodoros sind noch zwei Freunde des T.I.T.E.T.O.S. anwesend, die schweigend zu hören. Einer von ihnen ist Sokrates der Jüngere. Die Teilnehmer, wie in vielen anderen Dialogen Platons, übernimmt auch hier Sokrates die Rolle des Gesprächslenkers. In der Kunst der philosophischen Untersuchung ist er den beiden Mathematikern weit überlegen. Er zeigt ihnen, dass ihre bisherigen Vorstellungen einer Nachprüfung nicht standhalten. Die Ratlosigkeit, in die er seine Gesprächspartner stürzt, ist von ihm beabsichtigt. Sie ist ein didaktisches Mittel, mit dem er zu weiteren Anstrengungen anspornen will. Um diese Wirkung zu erzielen, bringt er die Unzulänglichkeit der Ansätze der anderen ans Licht und vermeidet es dabei sorgfältig, sich zu einer eigenen Auffassung zu bekennen. Auf den Grund für diese Zurückhaltung, die ein Hauptmerkmal seiner gewohnten Vorgehensweise ist, geht er im T.I.T.E.T.O.S. näher ein. Er beschreibt sich als Geburtshelfer, der zwar selbst unwissend sei, aber anderen zur Geburt ihrer Einsichten verhelfen könne. Nach einer verbreiteten, früher allgemein vorherrschenden Interpretation fungiert Sokrates hier wie auch in anderen Werken Platons als Sprachrohr des Autors. Das heißt, er gibt dessen Sichtweise oder zumindest einen Teil des platonischen Konzepts wieder. Allerdings wird diese Gleichsetzung von manchen Philosophiehistorikern abgelehnt oder nur mit erheblichen Einschränkungen akzeptiert. Hinzu kommt, dass manche Äußerungen des platonischen Sokrates nicht oder nur teilweise ernst gemeint sind. Unklar und strittig ist inwieweit die Positionen von Platons Dialogfigur mit denen des historischen Sokrates übereinstimmen. Ein analoges Problem besteht hinsichtlich der Lehre des berühmten Sophisten Protagoras, die Sokrates im T.I.T.E.T.O.S. beschreibt und bekämpft. Die Frage, wie getreu Platons Darstellung die Denkweise des historischen Protagoras wiedergibt, ist umstritten. Deutlich erkennbar ist jedenfalls Platons Absicht Protagoras in ungünstigem Licht erscheinen zu lassen. Der Mathematiker Theodoros ist keine erfundene Gestalt an seiner historischen Existenz besteht kein Zweifel und Platons Angaben zu ihm gelten, großenteils als glaubhaft. Er stammte aus Kyren, einer griechischen Stadt im heutigen Libyen. Dass er zur Generation des Sokrates gehörte ergibt sich nicht nur aus Platons Darstellung, sondern geht auch aus der Geschichte der Geometrie des Eudemus von Rhodos hervor. Die Angaben der Quellen führen zur Datierung seiner Geburt um 475 460 V.C.H.R. Da er Sokrates überlebte ist er frühestens 399 V.C.H.R. gestorben. Er war ein Schüler und Freund des Protagoras doch wandte er sich schon früh von der Sophistik ab und der Geometrie zu. Nach Platons wohl zutreffenden Angaben war er nicht nur Mathematiker, sondern galt auch in der Astronomie und Musik als hervorragender Fachmann und erteilte in diesen Fächern Unterricht. Vielleicht zählte Platon selbst zu seinen Schülern. Allerdings ist ungewiss, ob Theodoros jemals in Athen war. Der Philosophiegeschichtsschreiber Diogenes Lertius behauptet, Platon habe ihn in Kyren aufgesucht. Möglicherweise ist sein Aufenthalt in Athen, von dem im Theaetetos berichtet wird, eine Erfindung Platons zu dem literarischen Zweck, ihn mit Sokrates zusammentreffen zu lassen. Zur Zeit der Handlung des Theaetetos ist Theodoros ebenso wie Sokrates bereits ein alter Mann. Nach der Darstellung im Dialog betrachtet er sich nicht als Philosophen, sondern beschränkt sich bewusst auf sein Fach die Geometrie, in die er sich nach seinen Worten gerettet hat. Somit gehört er in Platons Augen nicht zur Elite der Weisheitsliebenden. An philosophischen Untersuchungen will er sich nicht beteiligen, da er sich auf diesem Gebiet für unzuständig hält und auch meint, dafür zu alt zu sein. Trotz seines Sträubens wird er aber von Sokrates in die gemeinsame philosophische Wahrheitssuche einbezogen. Auch bei Theaetetos handelt es sich um eine historische Person. Platons Angaben, wonach er Mathematiker und Schüler des Theodoros war und als Jugendlicher kurz vor dem Tod des Sokrates in den Kreis von dessen Gesprächspartnern eintrat, treffen wohl zu. Auch die Darstellung im Dialog der zufolge er bei Korinth verwundet wurde, überdies dort an einer Seuche schwer erkrankte und daher auf der Heimreise dem Tode nahe war, gilt in den Grundzügen als glaubhaft. Strittig ist aber, bei welchen Kampfhandlungen 391 oder 369 v. c. h. r. Dies geschah, aus Platons Darstellung lässt sich erschließen, dass Theaetetos um 415 v. c. h. r. geboren wurde. Falls er 391 trotz seines sehr schlechten Gesundheitszustands überlebte oder falls er erst 369 bei Korinth kämpfte, kann er, wie manche Forscher vermuten, der Platonischen Akademie angehört haben, die um 387 gegründet wurde. Platon schätzte Theaetetos offenbar sehr. Im Dialog zeichnete er ein außerordentlich vorteilhaftes Bild vom Intellekt und Charakter des noch sehr jungen, hochbegabten und für philosophische Fragen aufgeschlossenen Mathematikers. Als Dialogfigur ist Theaetetos das Muster eines vielversprechenden künftigen Philosophen, der sich für eine staatsmännische Führungsaufgabe in einem Idealstaat qualifizieren könnte. Äußerlich war er allerdings nach Platons Schilderung unansinnlich, was seinen sozialen Rang bei den schönheitsbewussten Athenern minderte. Wegen seines Mangels an körperlicher Attraktivität kam er für die homoerotischen Beziehungen, die im Milieu des Kreises um Sokrates eine wichtige Rolle spielten, nicht in Betracht. Euclides von Megae dem Platon in der Rahmenhandlung die Rolle des Berichterstatters zu weist, war der Begründer einer philosophischen Richtung, die unter der Bezeichnung Megareica bekannt wurde. In Platons Dialog Phaidon wird er unter den Freunden des Sokrates genannt, die bei der Hinrichtung des Philosophen anwesend waren. Als Platon und einige andere Sokratiker nach dem Tod des Sokrates Athen verließen, nahm sie Euclides in Megare auf. Terpschen ist der einzige der fünf namentlich genannten Sprecher des Dialogs, dessen historische Existenz unsicher ist. Denn sie ist nur in Schriften bezeugt, die von Platon stammen oder deren Autoren von seinen Angaben ausgingen. Ebenso wie Euclides war er nach Platons Bericht im Phaidon beim Tod des Sokrates unter den Anwesenden.